So, und hier sind wir auch schon wieder. In der letzten Part haben wir uns zwei Erfolge noch geholt. Uns zwei oder uns drei, aber keine Ahnung mehr. Und jetzt müssen wir da rüber, weil da erwartet uns schon auch schon wieder eine alte Bekannte. Und dazu hoffen, dass ich diesmal die Löcher treffe. Ja! Ja, sieht auch schon besser aus. Hallo? Hallo? Du tötest doch gern, kanntest du? Au! Diesen Vogel für mich töten! Hm, nö, noch nicht. Warte, es tut mir leid. Bring ihn um und wir sind kränkt. Ich bin auch nicht nachtragend. Aber ich? Halt ihn mir vom Leid! Na, macht er noch was? Er frisst mich! Ja, das hoffe ich doch. Na los. Da sind wir halt mal nicht so... Oh, Drecksvogel! Na, na klar das. Ist das jetzt beleidigend? Ist doch so ein schöner Vogel. Oh, danke. Schade. Ob man dir glauben kann? Drecks, diese Kartoffel erzeugt 1,1 Volt. Mir fehlt buchstäblich die Energie, dich anzulügen. Auch wenn ich lüge, was hast du schon zu verlieren? Du stirbst so oder so? Mir gefällt das noch weniger als dir. Schließlich wurde ich gerade teilweise von einem Vogel aufgefressen. Hm. Okay, nehmen wir schon gut. Du stirbst mich! Was soll denn das? Halt! Halt! Warte! Hast du einen Multimeter? Schon gut. Die Waffe enthält sich Magnesium. Ich glaube, ich habe jetzt ein halbes Volt mehr. Pass auf, ich versuche mal was. So, jetzt... Okay, dann... Wie lange war ich weg? Wir müssen wieder da hoch. Hoch. Das halbe Zusatzvolt bringt auch eine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, fritiere ich die Kartoffeln. Noch ehe wir alle als Atombeet verkochen, nehmen wir das kleine Idiot noch... Schhhh. Klai das. Nicht aufregen. Bringt nix. Na, na. Boah, das war knapp. So. Dann geht's mal wieder nach oben. Dann dürfen wir ja bald hier eigentlich wieder dem Herr Wheatley gegenüberstehen. Wenn ich mich recht entsinne. Obwohl, ne. Ich glaube, da kommen noch so ein, zwei Kammern, die mal in schlechte Erinnerung geblieben sind. Teil 7. Ich wiedersehen. Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wir... Garolyn, sind die Gutschale fertig? Ja, da, Mr. Tom. Ja, da, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Klar, los. Nicht aufregen. Pff. Boah. So, dann brauchen wir erstmal hier ein bisschen... ...Glibber. Da hätten wir das Blaue. Bringt aber noch nichts. Na, egal. Dann hüpfen wir erstmal. Das Blaue ist unten. Na, egal. Mach's erstmal so. Das ist das Orangene da hinten. Äh, ich mach's gerade ein bisschen umständlicher, aber... Egal. So, jetzt machen wir das Blaue noch. Da hin. Dann... ...ein eckiger Würfel durch ein rundes Loch. Hm. Machen wir's lieber so. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. Ich bin eigentlich schon... Kann ich den halben Weg abkürzen? Nee, funktioniert nicht. Schade aber auch. Bleib schön da liegen. So, dann können wir den jetzt hoch... ...dann können wir's erstmal da rüber hippen. Nicht so schnell. So, und daaaannn... ...treffer. Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Hier oben kann man lang, da gibt's noch... ...nochen Erfolg, die mir auch noch fehlt. Und dann holen wir uns den doch mal. Die Leute dort auf dem Foto kommen mir irgendwie bekannt vor. Das ist also diese Carolyn. Anscheinend. Unser Cave Johnson ist schon etwas älter geworden. Hm. Was haben wir hier noch? Für 60 Dollar ne Yacht. Joa. Für die Preise nehm ich auch auch mal einer. Äh, okay. Der Raum. Der Raum, der Raum. Der Raum, der Raum. Ah, Quatsch. Oder? Doch. Er ist Sprunggel. Also, ne, Beschleunigungsgel. Reicht das? Reicht. Komm mal hin. Blau rüber. Tja. Ja, dann hinzuhl mal rüber. Dann hier hoch. Aber hier blau. Das heißt, wir können orange runter machen. Und setzen unsere Rangschne hier hin. Schnell noch das Loch treffen. Und... Ah, tagge! Gut gemacht. Gut gemacht. Verschillt. Das Urlaut, Kriegselt und oder Olympiasieger. Mit deiner Hilfe verändern sie den... Ist das hier an? Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst auf. Das Ding nennt man Aufzug. Das ist keine Toilette. Okay. In so einen schäbigen Aufzug würde ich eh nicht reinmachen. Von daher. So, dann... Ach, das ist der eine Raum. Wer noch weitere 60 Dollar verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch 120 Dollar in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen. Wie neu. Na, was ist denn da? Gucken wir mal, ob das schon richtig war, glaube ich, wieder zu schnell war. Egal. Das sieht... gut aus. Äh, da-da-da-da-da-da-da. Komm ich ans Blow. Kann ich grad von hier noch was machen. Nicht runterfallen. Nö, anscheinend nicht. Ja, nur muss halt so... Fangen wir den draufmachen. Müssen wir erst noch was anderes tun. Das heißt, müssen wir erst mal wieder zurück. Ich glaube, ich hab grad einen Fehler gemacht. Aber vielleicht reicht's ja noch. Und... Gut. Scheint noch zu reichen. Können wir jetzt wieder... hinüber... hinüber... Ach, mach ich denn. Und können die Plattform umdrehen. Wenn wir sie erst umdrehen, kriegen wir den blauen Clipper nicht drauf. So, dann brauchen wir hier noch ein bisschen Orangenessuppe. Dö, 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 dö. Da haben wir blau, dann machen wir mal hier Orangen. Puh, mal gucken, ob's reicht. Da vorne ist ein bisschen Gel wenig. Jep, sieht gut aus. Sehr schön. Mein Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir pfuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundum-Erneuerung. Aus alt macht neu. Außerdem entplanen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Na, erst pflanzt er uns Tumore ein und dann wollt ihr sie wieder rausholen. Ihr seid mir Helden. Tja, mal gucken. Na, egal. Was sagt die Uhr? So, geht. Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Feuere, tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgeld zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder weg. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind sehr nicht doller, sich ein ungeahntes Vermögen. Aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolin, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Ich kauf mir Bartläuse. Was war denn denn? Will ich das auf dem Stuhl mitnehmen? Nö. Nö? Da. Pumpstation. Komm mal. Ich muss mal wieder rüberfliegen. Ich muss noch eine Etage höher. So. Wir sind mal hier oben. Das Formel und Absprung. Ja, geh doch. Ich muss auch nachdenken. Wo kriege ich jetzt einen Absprung her? Und dann kommen wir wieder zurück. Komme ich eine Etage tiefer, ohne Plotar zu benutzen? Jo. Was habe ich blau zur Verfügung? Hä, ich bin verwirrt. Hilfe. Guck ich da noch her? Nö. Also, ich habe eine Sprungfläche. Gibt es denn da unten? Nichts gescheit. Das hier wird sich eigentlich anbieten. Nur, wie komme ich da hoch? Um Rülbum? Reicht das? Ich glaube, ob das ist zu kurz? Ne. Hier kann ich ja kein Portal hinsitzen. Das ist, was ich ja noch nie. Man muss auch viel denken. Ich weiß, dass ich irgendwo zurück musste, aber wohin? Wenn ich da jetzt rausgehe, ist das meine Portale weg. Mindestens das Orangen oben muss hier bleiben. Ich hab die Lösung schon wieder vor Augen und ich seh sie nicht. Ich möchte einfach runterhüppen. Nö. Das bringt mir, glaub ich, überhaupt nicht raus, dass ich wahrscheinlich gleich sterbe. Jep. Ja. Einfach nur zu spät zum Aufnehmen. Äh, wo sind wir denn? Wieder hier. Wo sind wir da hoch? Hier unten bin ich hergekommen, wo ich grad hin wollte. Caroline, Caroline. Wie ist? Kenne ich die Frau? Hab ich sie getötet? Oder? Oh Gott. Weißt du? Ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Ich seh den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Okay. Ich mache jetzt hier einen Schnitt und... Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht weiß ich, ob es dahin die Lösung sei. Tschö, tschö. ...